Hallo YouTube, vielleicht kann mir heute einer von euch helfen. Was ihr seht, ist meine gestern gelieferte Fritzbox 7490. Sobald ich den Strom draufgebe, die Box lief zwei Stunden ganz gut, gehen die schmucken LEDs alle an, bleiben an, Strom raus, Strom ran, da könnt ihr euch wieder sehen, was passiert. So, LEDs gehen an, wird nicht erkannt vom Computer und es tut sich einfach gar nichts. Recovery-Modus klappt nicht, da der PC nicht mal die Netzwerkverbindung erkennt, also sagt, steckt mal ein Kabel rein. Wenn einer einen Tipp hat, bin ich euch super dankbar darüber. In den Kommentaren bitte posten. Wenn ihr keinen hilfreichen Tipp habt, ist das auch nicht schlimm. Denn dann geht es wieder zurück zu Amazon Fritzbox 7490, alle LEDs an. Bei der Firma AVM ist das nicht dokumentiert. Im Internet habe ich soweit auch nichts gefunden. Wenn einer helfen kann, einfach in die Kommentare. Dankeschön.